Guten Abend, liebe Halenser! Wir stehen wieder hier. Hallo! Alles voll 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 voll. Ihr merkt, wir sind keine Eindlingen, keine Neurechten. Und wir sind Demokraten. Dort drüben, merkt ihr, dort sind keine Demokaten. Da sind Antidemokaten. Da sind Leute, die eine Versammlung schwören. Ich habe die Polizei angelesen, das als eine gröbliche Störung einer Versammlung zu behandeln. Das heißt, die Polizei wird das jetzt wunderbar. Machen wir doch nicht! 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 Die Versammlung dort drüben ist am Ende jedenfalls angemeldet und nicht stört am Zaun. Wir werden uns darüber kümmern. Ja, wer sind wir? Wir sind auf jeden Fall keine Faschisten. Im Gegenteil. Wir haben auf den Augen und wir erkennen einen Faschismus, ob er von rechts kommt oder von links. Und wir stehen genau in der Mitte der Gegenteil. Das ist so weit schien. Das kann ich noch nie erlernen. Das ist ein Faschismus. Das ist ein Faschismus. Und wir kümmern natürlich auch rechts von rechts. Das ist ein Faschismus. Wir kümmern, wenn die Gruppe verneugt wird oder wenn ganze Filme auch veräxt. Hast du deine Fahne? Hast du deine Fahne? Hast du deine Fahne? Weiter, bitte! Wir haben erste Augen und wir lassen uns nicht auf einer Seite die Blick nehmen. Wir lassen uns ein paar Worte nehmen. Wir sind Menschen, die auch Sorgen haben. Jeder Mensch hat Sorgen haben. Und dann betietet man uns als besörgte Wörter und meint es damit, dass wir von uns die Nazikäute überziehen. Aber wir lassen uns von ihnen nicht die Sprache wegnehmen. Wir lassen uns keine Wörter mehr geben. Wir sprechen mit ihnen im Wort. Und wir lassen uns nicht mehr von denen, wir empfehlen uns das Gehirn. Wir sprechen bei ihnen irgendwelche Dinge auf. Wir können selber reden. Und wir kümmern natürlich konzentrierte Macht. Wenn Macht konzentriert wird, dann wird die Menschen gebraucht. Überall. Das passiert natürlich auch auf der Ebene des Nationalismus. Das ist ja ein Staat. Macht sich auf. Und wenn die Regierung korruptiert ist, wenn die Superreichen und die Europäer nicht geschafft haben, einen Staat zu korruptieren, dann kann man zum Ausruhen. Dann kann man auswachsen. 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 Ich hab das ja erlebt von ein Jahr und so. Das war ja so. Ich weiß nicht. Das tut mir egal. ... oder auch krankreich, wir erinnern, wie wir das genau in die Tür, weil wir auch in die Tür ziehen, jetzt kommt zur Sorge, dass wir auch in der Augen haben, und weil wir nicht, mit denen die Leute blind sind, auf einem Leiden, die dann noch mit Zahn in den Leiden von den schlimmsten nationalen solchen Staaten, die es in dieser Welt führt. Und wir möchten immer beide Seiten ansprechen, wenn zum Beispiel Menschen schlecht behandelt werden, wenn Rassismus existiert, dann möchten wir darauf hinweisen, wenn Deutsche zum Beispiel Rassismus vorgesehen haben, dann möchten wir das auch zu bieten. Aber wir möchten auch von uns machen, wenn andere Leute rassismus ausgeben. Wenn zum Beispiel bestimmte Leute, bestimmte Regionen, die hat man so lange gegründet, wenn Leute mit Eisenstein auf dem Wasser losgehen, wenn unsere Polizei mehrmals am Tag aufbinden muss, um in einem Nichtwischenheimen, die Brügeleien zu verhüben, dann ist das auch Rassismus, dann ist das auch, dass wir die Jodenbegramm erkennen, dann ist das auch Antisemitismus, der dort stattfindet. Und darum müssen wir die aufpassen lassen und müssen überall gewinnen und alles kritisieren. Ansonsten sind wir nicht weiter als Teufler. Juppie-Parteien, die nur ein Feld oder andere an einem jüdischen Feld und jeder anders alles andere abgrenzen oder von abgrenzen und sagen, das wird üben, das sind die Bösen, die sind des Teufels. Aber wir müssen abgucken und müssen die Schweinereien überall erkennen. Rechts, wie auch links, das kann nur die Mitte der Gesellschaft, das können nur Menschen, die keiner Partei angehören. Menschen nur wie hier, Menschen nur wie hier. Und wir stehen natürlich dafür, dass er...